Herzlich Willkommen, ich bin Luca Peyer und ich mache hier bei der Castrols Basel im Santiago eine 4-jährige Lehre als Automobilmechatroniker. Ich nehme euch jetzt mit auf den 360-Grad-Rundgang durch unseren Betrieb. Es gibt sechs Castrols-Betriebe in der Schweiz mit über 50 Lernenden in sechs verschiedenen Lehrbriefen. Ich als Automobilmechatroniker habe ein bis zwei Tage Schule in der Woche und meine Lehre geht vier Jahre. Da sind wir jetzt in der Werkstatt, wo jeder Mitarbeiter seinen eigenen Lift hat. Am Anfang der Ausbildung arbeitet man meistens mit dem Mechaniker zusammen, um so möglichst viel von ihm zu lernen. Im vierten und letzten Lehrjahr arbeite ich sehr oft alleine hier mit dem Lift. Ich bekomme Aufträge direkt vom Werkstattchef, aber in Fragen sind Mechaniker immer noch sehr hilfsbereit. Um herauszufinden, was man bei so komplexen Systemen suchen muss, geht heute auch nichts mehr ohne Computer. Mit dem Diagnosegerät lese ich aus, was für Fehler aktuell sind oder mal aufgetreten sind. Probefahrt ist ein wichtiger Bestandteil nach oder vor der Reparatur, um Fehler zu finden oder die Arbeit zu kontrollieren. Bevor jedes Auto auf die Strasse geht, kontrolliere ich noch einmal alle meine Arbeit und ob am Fahrzeug alles funktioniert und aufgefüllt ist. Nur so kann der Kunde sicher die nächsten Kilometer in Angriff nehmen. Bist du auch interessiert an der Technik und willst eine Ausbildung zum Automobilmechatroniker bei der Cashroll zu machen? Den bewirb dich jetzt!